Mehrere deutsche Städte melden, dass ihre Kapazitäten für die Flüchtlingsaufnahme ausgeschöpft sind. In Berlin etwa hat Oberbürgermeisterin Giffey gesagt, dass bald nicht mehr genügend Unterkünfte und Geld vorhanden sind, um Flüchtlinge zu versorgen. Allein 100.000 Ukrainer leben in der Hauptstadt. In Cottbus werden unterdessen seit letzter Woche keine neuen Flüchtlinge mehr aufgenommen. Die Schulen und die Gesundheitsversorgung seien dort an der maximalen Kapazitätsgrenze angelangt, heißt es. Wir wollen das Thema vertiefen. Zugeschaltet ist jetzt Gerd Landsberg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herr Landsberg, ich grüße Sie. Hallo Herr Simon, ich grüße Sie auch. Wie gehen Sie denn jetzt damit um, dass Cottbus die Notbremse zieht? Offenbar ist das ja kein Einzelfall mehr. Das ist richtig. Die Lage insgesamt ist sehr angespannt. Wir hören von vielen Kommunen, dass sie bereits Hotelzimmer anmieten, dass sie Turnhallen vorbereiten. Und wir müssen ja befürchten, dass die Zahl nicht sinkt, sondern weiter steigt. Russland bombardiert systematisch die Infrastruktur. Der Winter steht vor der Tür. Und deswegen brauchen wir jetzt andere Maßnahmen. Hier sind insbesondere Bund und Länder gefordert, die sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen deutlich zu ertüchtigen. Das heißt, dort mehr Plätze zu schaffen. Der Bund hat ja schon signalisiert, er stellt zusätzliche Liegenschaften zur Verfügung. Aber damit ist es nicht getan. Die müssen auch vorbereitet werden. Und das sollte eigentlich schnell gehen vor dem Winter. Last not least müssen wir natürlich auch über Geld sprechen. Es ist gesagt worden, also wenn es im Jahre 2022 zusätzliche Zahlen gibt, dann wird der Bund zusätzliches Geld bereitstellen. Das ist bisher nicht entschieden. Und was der Bund und auch die Länder 2023 den Kommunen erstatten, ist ebenfalls unklar. Wir stellen jetzt unsere Haushalte auf und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die müssen wir gemeinsam stemmen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt weniger geredet, sondern endlich konkrete Maßnahmen kommen. Sie haben das gerade eben ja schon angedeutet. Also Russland bombardiert ja in der Ukraine eben auch die kritische Infrastruktur. Es ist durchaus möglich, dass dann, wenn es kalt wird, wenn es keinen Strom, keine Heizung mehr gibt, sich wieder tausende Menschen auf den Weg Richtung Westen machen, auch nach Deutschland. Ich würde da jetzt gerne nochmal einhaken wollen. Wie kritisch ist denn da jetzt die Lage für Städte und Gemeinden? Geht es da nur um das Geld oder hat man überhaupt genügend Unterkünfte, Betten und dergleichen mehr? Denn in Zelten kann man die Menschen dann ja nicht unterbringen im Winter. Das ist richtig, aber es gibt Regionen, da gibt es keine Unterkunftsmöglichkeiten mehr. Selbst Hotelzimmer sind da schon knapp. Im Übrigen sind die sehr teuer. Deswegen müssen wir jetzt vor dem Winter, so leid mir das tut, zusätzliche Sammelunterkünfte schaffen. Das ist eine Aufgabe der Länder. Die haben das zwar in Aussicht gestellt, aber wir müssen mit viel höheren Zahlen rechnen. Also ich rede jetzt nicht um ein paar hundert Plätze. Wir müssen tausende von Plätzen in den Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen. Wir müssen auch improvisieren. Das ist ja nicht nur eine Frage der Unterbringung und Versorgung. Es geht auch um Kita und Schulplätze. Und da müssen die Länder bereit sein, gewisse Standards, die nicht unverzichtbar sind, aufzuheben. Dass man sagt, also da kann auch noch mal ein Kind mehr in die Gruppe oder wir schaffen Hilfskräfte auch die Möglichkeit, gerade bei den aus der Ukraine vertriebenen Arbeitskräfte zu gewinnen. Da sind Lehrer bei, da sind Erzieherinnen bei, dass wir die schnell auch in diese Aufgabe einführen können. Da müssen wir uns einfach mehr anstrengen. Es ist halt Krieg. Es ist eine furchtbare Situation. Aber wir müssen das schaffen. Sie sagen, es ist Aufgabe der Länder. Aber die werden wahrscheinlich dann auch sagen, wir haben auch nur begrenzte Möglichkeiten. Müsste die Bundesregierung da vielleicht noch mal unterstützend eingreifen? Also Bund und Länder müssen sich darauf verständigen. Der Bund hat noch Liegenschaften. Das habe ich ja schon gesagt. Die muss er aber auch dann in den Zustand bringen, dass man dort sofort Leute unterbringen kann. Wir müssen auch noch mal darüber sprechen, wie wir eine bessere Verteilung organisieren. Das ist etwas schwierig. Die haben ja keine Verpflichtung, sich irgendwo aufzuhalten. Das kann man versuchen zu kommunizieren nach dem Motto, geht jetzt nicht nach Berlin, geht woanders hin, wo es vielleicht noch Wohnungen gibt. Aber das ist ein Kommunikationsprozess, der nicht ganz einfach ist. Sagt Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitteschön, Herr Siemann. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.